Ich kann die geben bevor du verreckst Es ist soweit mit Fortnite Zeit Sei doch dabei und bring den Halt Ohne Bord allein bei dir daheim Hör auf zu weinen und schau jetzt rein Wie Dani tanzt und wie schreit Wo's kam er weint Wir holen den Feind Ist gut gemeint Auch ernst gemeint Scheiß drauf Okay hier ist keine Kiste Brutal Stabil Leute die Star Wars Action ist weiter im Gange Richtig krank Doch hier oben ist doch eine Kiste Der da oben aber die kannst du haben Und kannst auch gleich da oben bleiben So Leute natürlich Wir spielen das alles wieder mit Dani von den ja Bros Heute diesmal durch wie ihr sehen könnt Und du es wird jetzt alles rasiert Ich hab Wo schmeißt den? Da ist jemand gestorben Da ist sie den Hier vorne Der hat das Schwert ey Ich auch Hab ihn Da ist noch einer hier hinten Irgendwo Aber Leute ich hab gelesen Dass einen jetzt Da ich bei Bra Musik eingestiegen bin Dass er einen Rap fordert Leute irgendwann kommt der Kann nicht sagen wann Aber ich brauch ein bisschen Vorrat und so Ich muss doch mit Kapi was klären Ich mein ich wusste das Wow Yeah krank Dafür lass deine Bewertung da ey Alter brutal Also das nenn ich mein Announcement ey Normal Promo Phase auch Ey ich mach direkt Clickbait Äh Clickbait da raus Wie viele sind das? Ich seh nur einen bis jetzt Perfekt Perfekt Ey wie der mich getroffen hat Ich bin erinn ey Pataa G3D Manöver Lass auf dem was sein kapit Ich muss hier hinter den Baum gehen Aber du kannst dich an Ach du shit hey mein stick das wurde ich das übel schlimm gerade der hat wenig leben eigentlich der haut ab der haut ab der haut ab guck mal weil wir süchtig sind nachdem ich hier nicht voll gehalten habe dann auch immer lecker mit süchtig zu tun hat aber egal oh endlich es war ein gegner das war nein irgendwas hingesprüht er wollte was auf die bambus dinge sprühen ich war der ist direkt noch gott gegangen er traut sich niemals hier her wie sieht er aus bei mir bei mir was war das zusammenstoß der arme hat direkt p90 in sein gesicht bekommen das ist ein announcement 2 und muss taktik ist jetzt mit dabei alter dann hoff zu einem krank der leute supportet diesen jungen krank das ist die aufgabe die kriegen wir jetzt auch hin oh mein gott kannst du riechen was der rock kocht jetzt was ist der rock kocht kann es mal was der rock kocht genau das was der rock is cooking because you are very good at looking ich kann die geben bevor du verreckst oh mein gott ich verreck gleich das ist Bis zum nächsten Mal.